hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video hier auf meinem kanal heute auch wieder eine kleine challenge und zwar heute eine besondere challenge und zwar wenn ihr etwas weiter runter blättert war so ungefähr eine meiner ersten challenges da habe ich versucht auf der agency auf der flagge unter die top 10 zu kommen und wenn jetzt mal so auf die karte guckt in misty meadows ist dieser tour und da machen wir jetzt ungefähr die gleiche challenge lasst euch einfach überraschen bis gleich in der runde und da sind wir auch schon wieder in der runde angekommen ja die zone steht ganz gut ich weiß nur nicht ob wir es genau auf der schaffen auf dem ton zu landen obwohl müsste eigentlich dann öffnen wir als früh gleich also ich weiß nicht ob weil ich schätze da sieht man gucken schon mehr leute drauf ja klar ist eigentlich wie in jeder challenge top 10 zu kommen das ist eigentlich immer so mein hauptziel gewinnen er nein würde ich sagen außer es sind leben noch zwei gegner hier ist die endzone einer wird sich hochbauen und steht an fallschaden das kann passieren aber sonst eher unwahrscheinlich aber übrigens ich möchte auch noch mal einen ganz großen dank aussprechen an alle von euch und zwar haben wir die 70 haunetten geschafft und das ist einfach nur will ich mich einfach noch mal herzlich bedanken so landet hier noch jemand und hinsetzen ach nein ihr seht mich doch nicht oder ähm ihr seht mich nicht vorne ist ein spieler äh okay 18 leute haben wir schon überlebt noch mehr er hat mich gesehen du hast mich nicht gesehen da unten gut dass am anfang so viele sterben wir müssen auf jeden fall unter die top 30 kommen weil jetzt wäre schon nicht ganz so gut da unten er läuft weg glaube ich ja da stirbt er er stirbt er stirbt er stirbt er stirbt er stirbt er stirbt komm bitte sterb doch ja tot ich bin nicht da ich bin gar nicht da wie habt ihr mich denn denn jetzt gesehen jetzt gesehen also alles beim turm zählt wenn wir das jetzt überleben nein da ist auch noch ein spieler die sehen mich nicht mehr die haben mich aus den augen verloren wenn ich wundern hier oben auf der spitze darf ich ein bisschen rumlaufen im schnösten fall aber äh gut bin tot oder das ist wieder ein bots aber die dinger lauf zu den dingern da vorne komm und stirb da ran einschuss nicht mehr und ich bin weg ähm kritisch also wir haben top 50 haben wir sch- schau mal schade da wirklich ziemlich schade gut funkel spezialistin aber ist glaube ich ein bot oder ja ist eher ein bot schade gut das wars dann auch schon mit dem kurzen video ich denke es wird noch ein teil 2 kommen weil sowas mag ich einfach nicht wenn ich das nicht schaffe deswegen lasst ein like da ein abo da aktiviert die glocke und das wars tschau bis zum nächsten mal